Und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA 15 Seasons Modus, Liga 1, nach dem Unentschieden. Wir holen uns jetzt einen Sieg nach diesem blöden Arschloch im letzten Spiel. So, und los geht's. Wir spielen gegen Real. Mit Real. Oh Mann. Navas, super stark. Ramos auch stark. Und Pfosten. Eieieiei. Jetzt bin ich dran. Ronaldo. Modric. Bale. Ganz unten läuft groß entlang. Bringt den Ball rein. Und kommt leider keiner ran. Marcelo. Modric. Ronaldo. Marcelo. Modric. Wieder Ronaldo. 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 Pfosten. Was geht denn hier ab in den ersten Minuten? Groß. Modric kriegt den Ball nicht. Kontra Chance. Benzema. Außer Distanz. Benzema. Casillas hält. Casillas hält. Oh oh. Ronaldo. Oh Mann. Navas. Wie blöd sind die Torhüter eigentlich? Man muss sich doch hinwerfen. Das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Wirklich tragisch. Das habe ich einfach schlecht gemacht. Aber trotzdem. Der Torhüter. Der Torhüter. Ich kriege Säulen. Ronaldo hat die Gelbe gekriegt. Das ist nicht so tragisch. Mit dem kriege ich normalerweise keine Kappen. Oh Mann. Groß. Du blödes Arschloch. Benzema. Marcelo. Benzema. Schließt ab. Geht leider nicht rein. Oh Mann. Oh. Gefährliche Aktion. So. Und jetzt mitten rein. Oh Mann. Ist das ärgerlich. Groß. Oh verdammt. Ganz unten. Und wieder zu Ronaldo. War jetzt eigentlich der Plan. Hat nicht geklappt. Jetzt kann er kontern. Meine Fresse. Benzema. Läuft sich erstmal halben Kilometer durch. Was überhaupt nicht soll. Oh um Gottes Willen. Oh um Gottes Willen. Ich hab doch gar nicht krätschen gedrückt. Meine Fresse ey. Ich versteh's nicht. Klar. Ich mach den Pass. Der bescheuert ist natürlich. Aber ich hab da noch einen Mann stehen. Und der krätscht halt einfach. Der krätscht ohne dass ich's drücke. Er krätscht ohne dass ich's drücke. Modric. Alter Modric. Es ist doch ein Scherz oder? Viel zu früh reingekrätscht. Oh man. Und vorbei. Ich hasse dieses Arschloch. Wegen einfach der Spielweise. Der davor. Der. Der davor. Brich dich ab. Obwohl es eine Scheißverbindung ist. Und der hier geht mir noch viel mehr auf den Sack. Spielt so defensiv. Das ist unglaublich. Und hat dann einen verfickten Dusel ey. Ach ist das. Ich könnte schon wieder kotzen Alter. Wir sehen uns im nächsten Spiel. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017